Jetzt guckt bloß nicht mir zu. Ruckzuckieb. Oh, Donnerstatter. Gut, er ist gleich intelligent. Ruckzuckieb. 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 Ruckzuckieb besiegt. Gut, jetzt habe ich nicht gelesen. Au, der Funke ist übergesprungen. Juh. Dumm-di-du-du-du-s-met-bo. Oh. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Mechaniker möchte kämpfen. Ein Magnetilo. Level 21. Nice. Wenn wir mal so machen. Paralysiert. Unter. Oh. Puh. Auch wenn du ihm eigentlich unterliegen bist. So ist es paralysiert. Es benutzt Tackle. Ultraschall. Kein Donnerstatter. Sehr schön. Gratis-EP quasi für Zubat. Das war ein Stromschlag. Gewinn 1050. Oh, die gibt richtig Geld. Schone die Umwelt und spare Energie. Ja. Werde ich machen. Äh, was machst du in dem Gras? Na. Haben wir da alle Trainer besiegt? Oh. Das war jetzt doof. Ja, ich mag jetzt nicht kämpfen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ah nein, der wäre noch. Aber ich... Hm. Ich versuche mal mich zu heilen. Ein Pokémon Center. Und... 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 Also wie gesagt, zu meinem neuen Projekt. Sobald ich eines meiner drei Spiele beendet habe. Was ich eher... Was mache ich? Äh, was ich glaube, dass es am ehesten... Herr der Ringe sein wird. Äh... Ja. Habe ich einfach das Gefühl. Äh, kommt das nächste Projekt. Ich verrate nicht, was es ist. Ich sage nur, ich freue mich drauf. Ich habe es gerade, wie schon erwähnt, zwei Minuten angespielt. Um mich ein minimales bisschen mit Entsteuerung vertraut zu machen. Ob es was gemacht hat, ist was anderes. Aber, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Versuche dein Glück gegen mich. Machen wir. Spieler. Quapsel. Oh. Ups. Oh. Hypnose. Hm, natürlich. Natürlich hätte es Hypnose gemacht. Na klar. Sepa. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Ein Sepa. Ein Blubber. Und ein Donnershock. Und tschüss. Und Pikachu erreicht Level 21. Very nice. Das Glück hat mich verlassen. Tja, habe ich gehabt. Ähm. Zubat. Du, 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 du. Ich habe mich besiegt. Ich habe mich auch besiegt. Ist hier noch was? Nein. Nö. Sagst du mir? Je mehr Pokémon befängt, desto schwieriger wird es ihnen, einen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Das ist nicht herrlich. Hi there. Hallo. Erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichske Hilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, Yoshi, hast du 30 unterschiedliche Pokémon? Sagen wir mal, ja. Mal schauen. Oh, du hast erst 23 verschiedene Pokémon gefangen. Ups. Du möchtest 30, um das Geschenk zu erhalten. Okay. Ich suche nach Nidovino. Ja, war so klar. Tastinger Nidovino. Nein. Was soll der Mühe? Und ich glaube, hier ist ein Station. Ja. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Drittes. Bum, 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 bum. So. Das ist immer wieder der... Hi, Sander. Der Moment, wo man merkt, man... ...hat hier irgendwie was vergessen. Und das heißt, ja, wir müssen zuerst hier hinunter. Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Willkommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Yoshi zeigt das Wort's Ticket. Großartig. Willkommen auf der MS Anne. Juhu. Äh, Anne oder sowas. Hm. Das sagst du mir. Viele Passag... Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Hm. Irgendwo hatte ich doch hier... ...einen Trainerkampf. Ich mache immer alleine Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Oh, wie süß. Vulcano. Na, ist es nicht herrlich. Ist es nicht süß. Glut. Glut. Buller. Na, Brüller nützt dir halt nichts. Noch einmal Vulcano. Herrlich. Bis. Glut. Bis. Ausgewichen. Bis. Yes. Super, der reicht. Level 21. Nice. Lernkampfustrahl. Ja. Das gefällt mir. Oh weh. Ich habe verloren. Ähm. Pokémon. Gänse, 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 Nidorina. Oh. Gut. Das war jetzt nicht so geplant. Irgendwo konnte man noch hier sich ausruhen. Kann das sein? Und da sicherlich nicht. Aber ich kämpfe mal mit dir. Du Rotzenase, was fällt dir ein? Hallo? Umgang. Ja, Gentleman. Umgangsform wie eine Drecksau hier. Tackle. Ah. Ich sollte wirklich aufhören zu spüren. Die Kämpfe soll ich echt nicht spulen. Silberblick. Nice. Hm. Ah, nein. Wollte ich irgendwie nicht. Nidoran. Ja. Wird beide. Nidorans gehabt. Wie süß. Kratzer Giftstrahl. Hey. Was du kannst, kann ich auch. Nur bringt es halt nichts. Flump. Tackle. 240 GP. Ja. Ja, schwebisi. Gentleman. Hm. Mist. Du bist ganz schön gut. Ich weiß. 1330. Eee. Bokedollar. EP wollte ich schon sagen. Stuart. Ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Hm. Cherrypile. Ah. Wie witzig. Ich bin heute wirklich total der Bruder. Äh. Danke. Knüttelluft. Knüttelluft. Knüttel. Knüttel. Aha. Ich reise immer mit Knüttelluft. Ja, das freut mich für dich. Ach, so eine Kreuzheit ist wundervoll. Freut mich auch für dich. Moin, moin, du Lambrade. Ich bin der Stuart auf diesem Schikan. Ruf mich einfach, wenn du einen Wund hast. Verdammig, Gespräch. Ich bist du aber nicht, wa? Hm. Jo. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Das freut mich für dich. Göre. Taupsi. Du hast unzählige zwei Pokémon gefangen. Wie nett. Och, nö. Nicht Sand. Och. Nö. Das muss nicht sein. Ah. Array Level 21. Cool. Und ich hab schon wieder vorgespult. Ich kann das Licht weg nicht lassen. Ja, ich möchte wechseln zu Smetwoo. Hi Smetwoo. Hi Konfusion. Hi Heuler. Hi Konfusion. Und... Jo. Danke. Besiegt. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Ehrlich? Für ein Taupsi und... Na, Gott. Ich hinterfrag's nicht. Nein, ich hinterfrag's nicht. Zu kämpfen? Wir machen eine große Weltreise. Wie schön für euch. Ich bin total in Pokémon vernarrt. Du auch? Ja. Das geht eigentlich. T-Nager möchte kämpfen. T-Nager setzt Nidoran ein. Noch einer mit einem Nidoran. Auf einem halbwegs starken zumindest. Und... Wow. Sehr effektiv. Nice. Semper erreicht level 21. Juhu. Superschall. Äh... Wie soll ich... Nein. Ja. Danke. Teenager... Wow. Du bist cool. Ich weiß. Ähm... Lass uns Freunde werden, okay? Dann können wir Pokémon tauschen. Juhu. Tschüss. Findet TM8. Was... What the fuck ist TM8? Üdo... Ganz viele TMs fällt mir drauf. Sind ja Bodyslam. Äh... Nö. Noch nicht. Tim 11. Ist Blubstrahl. Glutex so natürlich. Hahaha. Wie witzig. Äh... Schaufler. Äh... Nope. Tim 19. Was sagst du? Geohof. Oh. Nein. Nein. Oh, ich habe noch das Nugget dabei. Der hat noch relativ viel Schrott dabei. Fällt mir dort auf. Lololo. Psst. Ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Aha. Mr. 007. Äh... Okay. Was bist du? Aus dem Weg du... Leicht... Aus dem Weg du leicht Matrose. Wir sind schwer... Ne, jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt klinge ich eher furchtbar. Pull on the road. Ich habe einen seltsamen... Seltsamen Ball im Müll gesehen. Hm. Es gibt zu viel zu tun. Ich kann mich... Was? Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Oh. Ich bin der Chef der... Cousine? Hä? Cantina oder sowas? Der... Kombüse? Irgendwie sowas. Der Hauptgang ist Muschelragout. Muschels! Die Gäste werden es lieb. Du hast Muschels getötet. Nein! Ich bin Darth Vader. Nein! Entschuldigung. Immer muss ich... Die Zwiebeln schälen. Yoshi findet Superball. Yeah! Du hast gerade echt den Müll durchsucht, Junge. Wow. Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag. Das macht nicht nur Relaxo. Hier ist nichts plus Abfall. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Oh. Hier ist nichts plus Abfall. Jo. Danke für diese Einsicht in deine Welt. Na, na, na. Hast du nicht mal so ein Zimmer irgendwie? Hm. Äh. Nein, du willst gar nicht kämpfen? Top-Tran! Juu! Machalo! Macho! Machalo! Mein Pokémon ist super stark. Heißt das nicht Macholo eigentlich? Naja, ich weiß nicht. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Du dumm tisch. Oh, aber du willst kämpfen? Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Ja. Ein Muschers. Wehe, dir tut das in die Suppe rein. Dann gibt's Ärger. Muschers ist verwirrt. Hm. Ja. Dankeschön. Panzerschutz. Hm. Wie kann man sowas wie Panzerschutz benutzen? Nicht mehr verwirrt. Gewonnen. Danke. Ja. Was für ein Kampf. Toll. Pokémon haben wir alles auf Level 21? Jo. Dann werden wir mit Smetbo weitermachen. Du dumm. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Freut mich ja für dich. Matrose möchte kämpfen. Seebär. Hm. Confusion. Blubber. Konfusion. Blubber. Ich hatte wirklich aufhören zu spulen. Konfusion. Mach weiter. 300 irgendwas EP. Nein, möchte ich nicht. Muschers. Konfusion. Tackle. Konfusion. Panzerschutz. Oh Mann. Ich dreh durch. Und jetzt auch. Tackle. Komm, komm, komm. Du besiegst es. Bam. Bums. Hihi. Muschers. Ja. Tantara. Oh, wie nett. Halt Tantara. Oh, das war jetzt doof. Äh. Das wollte ich nicht. Armein Volltreffer. Bäure. Oh. 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 Hey. Oh, oh. Ah, das war doof. Ähm. Wenn dann schon richtig. Juh. Kiel unter. Das war's für mich. 510 Uhr gibt es mir wieder gar nichts. Hast du schon den Profi-Angler in Orania City besucht? Nein. Sollte ich das? Oh. Hm. Da hätte ich jetzt umgehen können. Egal. Und ich hab vergessen, Smetbo zu wechseln. Klasse. Ah, nein. Ich habe Glutexo. Das ist noch schlechter. Blubber. Ja. Das ist weniger schön. Kratzer. Bin jetzt aber zu faul zu wechseln. Du schaffst es schon, Glutexo. Ja. Gut gemacht. Ja, möchte ich wechseln. Pikachu. Hi. Hi, Pikachu. Daumen schock. Blubber. Daumen schock. Und besiegt. Seba. Hast du nur Seba? Das ist süß. Danke. Oh nein. Verloren. Doch, hast du. Wasser Pokémon leben unter Wasser.